Hallo, wen habe ich dran? Ja, Alex, hier ist die Margot. Hallo Margot. Ich hoffe, dass du mir weiterhelfen kannst. Ich habe eine Terrasse neu machen lassen und seit der Zeit habe ich bei starkem Regen Wasser im Keller. Von unten her läuft das Wasser in die Fenster rein. Meine Frage, die Regenrinne läuft unterirdisch durch die Terrasse. Ist es möglich, dass das der Fehler ist? Ich müsste ja die ganze Terrasse nochmal aufmachen. Die muss sowieso aufgemacht werden. Ja. Die muss sowieso aufgemacht werden. Die muss aufgemacht werden. Ja. Ja, ja. Also es ist ein schlechter Verlauf drin. Ja. Es ist, die Schräge stimmt nicht, die Neigung stimmt nicht. Ja. Und was auch noch zusätzlich, darunter ist es nicht eine Abtrennung gemacht worden. Ja. Das ist das Problem. Ja. Ja. Da kommst du nicht rumherum. Ja, na, das ist schon meine Vermutung. Und ich wollte jetzt nur wissen, ob das möglich ist. Also ich vermute es ja, ich weiß, dass ich das machen muss. Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ja. Also du kriegst es aber eigentlich zu so einem ganz guten Preis auch hin. Ja, also so schlimm ist das nicht. Ja. Okay? Ja. Alles Liebe. Danke dir. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020